Hey, bist du nicht Tom? Ja, ich bin Tom. Ich glaube, ich kenne dich noch von früher. Du hast neben mir gewohnt. Bist du Marie? Ja, kannst du dich noch erinnern? Hey Marie, das ist ja schön, dich hier zu sehen. Ja, das freut mich auch sehr. Was machst du denn jetzt? Also, ich wollte jetzt eigentlich eben was essen, weil ich riesen Hunger habe. Hättest du was dagegen, dass ich mitkomme? Ich lade dich gerne ein. Komm, da lang? Ja. Kennst du noch das Deiner von früher? Ja, klar. Ja, dann müssen wir hier lang gehen. Okay.